Am 9. September feierte der Unternehmer und Stiftungsgründer Thomas Agerholm seinen 65. Geburtstag in der Markthalle der Hansestadt Wismar. Als ich meinen Unfall hatte, habe ich gar nicht gedacht, dass da so viel Zeit vor mir lag. Und der Unfall war gestern vor zehn Jahren, also einen Tag vor dem Geburtstag. Und 65 war ja früher immer so ein Renteneintrittsalter. Und ich habe gedacht, das war ein toller Anlass, um zu feiern. 200 Gäste aus Politik und Sport, aus Verbänden und Vereinen, Familie, Freunde und Förderer waren eingeladen. Sie alle wünschten Thomas Agerholm nur das Beste zu seinem Geburtstag. Ich wünsche ihm einfach ganz, ganz viel Gesundheit. Ich glaube, das braucht er, brauchen wir alle. Und das wünsche ich ihm ganz besonders, habe ich ihm auch gesagt, dass er viel Schaffenskraft hat, auch viele tolle Ideen und dass er weiterhin so einen großen Mut hat, sich auch hier soziale Projekte, kulturelle Projekte hier im Landkreis zu unterstützen. Alles, was er sich wünscht, weil er ist ein sehr dynamischer Mensch und, glaube ich, hat noch vieles vor. Und wir wünschen ihm im Namen der gesamten Stadt natürlich die Kraft, dass er das auch umsetzen kann. Herr Agerholm wünsche ich, dass er 100 Jahre alt wird. Also Herr Agerholm ist jetzt sehr ausgeglichen, sehr solide und sehr erfahren halt. Er hat ja unheimlich viel Erfahrung halt und das hilft unheimlich weiter bei uns im Unternehmen. Wünschen würde ich ihm, dass er gesund wäre, weil wir haben in der Kindheit und in der Jugend viel gemeinsam erlebt. Und wir haben viel Ärger gehabt mit einigen Menschen, aber es ist immer alles gut gegangen und wir kennen uns seit wir drei, vier Jahre alt sind. Also ich wünsche Herrn Agerholm alles, alles Gute, viel Glück, Zufriedenheit, alles und alles, was er sich selber wünscht, jede Zeit zum Reisen. Ich wünsche ihm alles, alles Gute, vor allen Dingen, dass er weiterhin diese Stadt unterstützt. Ich meine damit also Kultur, gesellschaftspolitische Unterstützung, vor allen Dingen, dass er die Jugend unterstützt. Unter den Gästen waren auch Unternehmenspartner der HW Leasing GmbH. Sie schätzen besonders das freundschaftliche Verhältnis untereinander. Wir schätzen die Zusammenarbeit, weil es ein verlässlicher Partner ist und ein großes Vertrauensverhältnis miteinander aufgebaut worden ist. Hier gibt es starke Parallelen zu unserem Haus, der Merkur Privatbank in München. Wir haben auch einen Inhaber, der ähnlich kreativ, visionär, vorausschauend ist und ich bewundere den Herrn Agerholm als Mensch, als Unternehmer und möchte die Zusammenarbeit gern weiter forcieren. Auch wenn wir 1000 Kilometer von Wismar entfernt sitzen, ist die HW Leasing, ich glaube unsere nördlichste Leasinggesellschaft, die wir begleiten dürfen und es ist eine Zusammenarbeit, die wir seit, ich glaube seit 15 Jahren haben und es ist von großem Vertrauen geprägt. Thomas Agerholm ist eine verdienstvolle Persönlichkeit dieser Stadt. Wir arbeiten mit der HW Leasing schon seit Jahren zusammen. Sie machen Wismar TV auch mit möglich, dafür sind wir dankbar und dafür, für dieses ganze Engagement, was nicht nur bei uns letztendlich stattfindet, sondern auch für Kultur, für Soziales in der Stadt, danken wir natürlich und das ist natürlich immer wieder Thema auch für uns. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der HW Leasing GmbH einmal, weil wir wirklich schon seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeiten und es ist immer eine tolle, ehrliche, aufrichtige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir haben sehr lange mit HW Leasing zusammengearbeitet und wir sind in der Zusammenarbeit sehr, und wir arbeiten sehr eng zusammen in vielen Verbindungen und damit werden wir natürlich auch weitermachen. Highlight an diesem Abend war ein Film, produziert von Wismar TV. Hier wurde die Lebens- und Unternehmensgeschichte von Thomas Agerholm auf besondere Weise gezeigt. Was mich an der Persönlichkeit menschlich wie auch am Unternehmertum von Herrn Agerholm am meisten fasziniert hat, das ist seine Beständigkeit, das ist sein sich ständig neu erfinden, das ist diese dauernde Ansprechbarkeit für seine Mitarbeiter, dieses konzentriert auf den Punkt, dieses fokussieren, das hat mich wirklich, da kann man sich was abschneiden. Die Gäste genossen die Geburtstagsfeier. Der Abend wurde auch genutzt, um Kontakte zu pflegen, sich wiederzutreffen und Gespräche zu führen. Die Mitarbeiter der HW Leasing GmbH machten Thomas Agerholm eine große Freude, als sie ihm ein Gemeinschaftsgeschenk überreichten. Ein emotionaler Abend, der allen Gästen in schöner Erinnerung bleiben wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus